Nämlich, ja genau, ich tue jetzt gerade euch filmen, oder, aber schau. Warte, ich kann's euch zeigen. Jetzt seh ich euch ganz, ich filme. Jetzt sieht man euch, solche Streak ist nur lustig. Nicht, seine Skype-Eddie. Er ist jetzt eh was essen gegangen, also sich was zum Essen machen. Okay, cool. Aber meine indische Familie hat mich gerade angerufen. Sehr cool, na dann solltest du lieber mit der indischen Familie reden. Naja, unser Gespräch ist auch sehr indig. Wir könnten, wir könnten. Schalt sie dazu und dann beteiligen wir uns am Gespräch. Genau. Jetzt habe ich ihn gehört, der Josch hat deine indische Kassina schon kennengelernt. Genau. Das war lustig, ja. Ja, das war lustig. Ja, das war lustig. Ja, ich will nicht verstanden. Aber sie kennt schon, sie kennt Striegel die Hose jetzt schon. Ja, ja, wir kennen Striegel die Hose jetzt schon. Ja, ja, ich will nicht verstanden. Ja, das war lustig. Ja, ja, so fünkt... Ja, Stord sie ist schon schön, er ist bei euch halt auch so nah. Ja voll, naja, ich habe schon etwas an, aber... Ich versuche gerade ein paar Shots zu machen. mit einer Kamera genau Kamera Check it Check it So dann und da hinten sieht man ein Feldkirch Da hinten Genau Ja genau So dann Da ist die Sonne Da ist die Sonne Ich finde die Hütte ist Hammer Boah Ey, das blendet Nein, nein, sehr Das schaut gerade so aus Als wäre es gerade so ein Untergang Das ist ja super Ja, das ist aber weil ich noch bei der Kuppe Das ist wegen der Kuppe nämlich Das ist wie eine A-T-G-F-Kladen Das ist wie eine A-T-G-F-Kladen Toll Das ist wie eine A-T-G-F-Kladen Das ist wie eine A-T-G-F-Kladen Da gibt es einfach echt blöd Da gibt es einfach echt blöd Wenn es eine Woche später gibt Ja, stimmt Das ist wie eine A-T-G-F-Kladen Das ist wie eine A-T-G-F-Kladen Naja, ich tut die ganze Zeit filmen Das kommt auf YouTube unser Gespräch heute Das heißt, ich filme nämlich, ich filme... Nein, das was mir jetzt gefilmt, ich schau, ich filme ja mit der Kamera, und der hat ein Mikrofon, das heißt, die hört unser ganze Skype-Gefrech mit. Nämlich, ja, Leute, das ist ein Top-Gefrech. Ich tue jetzt gerade euch filmen, oder? Mal schauen, ich... Und ich kann es euch zeigen. Jetzt seh ich euch ganz, ich film euch. Jetzt sieht man euch, solche Streak ist lustig. Ja, schon ein bisschen. Yes, man. Du willst ja wieder Party machen. Hey! Schaut, da sind aber Schafe. Aber kurze Arten. Sehen Sie die Schafe? Was haben wir denn da anzuschauen? Schafe. Ich sehe jetzt keinen. War, das ist gerade ziemlich überschwommen. Das geht jetzt wieder. Ach so. Ein Bagger? Ähm, das ist ein Bagger, ja. Cool, setz dich rein und fahre, bis ich spazieren. Was ist denn gerade schon? Hey, 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 Leute, ich wollte Autofahren am Donnerstag. Ja, ah, je. Aber ich meine, ich meine meine Fahrstunden bin ich... Hast du die erste Fahrstunde? Ja, genau, meine, 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 meine sechste Fahrstunden. Also sechs Fahrstunden habe ich jetzt. Bis jetzt. Ach, fein. Und kannst du schon halbwegs? Ja, nein, ich bin eh halt, also es gibt schon ein paar Schwierigkeiten beim Ampel-Zufahren und am Vormittag, am Donnerstag bin ich zu viele Schlangelinien gefahren. Es ist ein bisschen hier wie im Auenland, finde ich, ja. Finde ich ja, ehrlich gesagt. Das Auenland. Ja, genau. Es ist ein Grün, gell? Ja. Es ist hier so ein Grün, irgendwie. Warten wir mal, das hier nicht. Ja, das ist ein bisschen Striegel. Striegel. Hey, ich finde das schon cool, mit Skype und so, gell, das hat schon ein Stil. Finde ich, gell, irgendwie. Ja, das ist ja. Ja. Ja, das ist echt. Ja, das ist echt. Ja, das ist auch ein Bräder oben im Nies. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Nein, ja, 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 ja. Das ist sogar bei diesem Dörflen, ne, auf dem MaG. Und das ist ein schöner Puchi jetzt, weil das ist der Live von England und so, das ist schon gigantisch. Das ist schon live und das Geniale ist eigentlich, wenn der Puchi jetzt Skype hätte, mit Videotelefonie, da brauchen wir halt eben das modernere Skype, dann könnte man da echt schon viel machen. Hey Leute, ich habe gerade eine uhrgeile Aufnahme. Ich habe gerade echt die Hammeraufnahme habe ich da gerade, die muss ich euch zeigen, vielleicht Sieben und Sie. Ah, okay, da setzt sie nur mich, Moment. Wie lustig. Pass auf, Schatti, pass auf, was ich mache. Ja? Vitti. Vitti. Eigentlich wollte ich da auf die Nase hingeben, das Vitti. Echt? Das ist meine... Das ist nicht schlecht eigentlich, gell? Nein, ist gar nicht schlecht. Ich mache gerade sowas wie Universum kommt man gerade ein bisschen. Dem Herz ist schlecht. Dem Herz ist schlecht? Ich weiß nicht warum, ist ganz plötzlich. Ganz plötzlich, ist es komisch. Ohne Ursache. Schlechtes Essen. Zu viel Essen wahrscheinlich. Echt? Ich glaube eigentlich, das ist schon ein Kies und Schabatt. Hier, doch hinten ist Liechtenstein. Vielleicht wird das Wetter herzen. Das wird sein. Das wird sein. Das wird sein. Das wird das Wetter, das wird sein. Was war, du greifst jetzt. Nein. Aber so ist das echt gesucht. Jetzt hat es mich voll aufgeharrt. Wäää. Ich habe das Problem, Juno. Hast du dir endlich das Glas geputzt? Wääh. Nein, aber es ist so grindig. Ich hoffe, das ist keine Kacke. Wäääh. Ich glaube schon. Eigentlich schon. Es hat die Kacke gehaht oder schlafen. Aber du lichtst ja, ob es gar Kacke ist. Ja, ich muss noch kein Femburg zum Reifen gehen. Ja, aber ich denke, ich bin ein bisschen dran. Das geht ja. Nein, nein. Aber meine Hose ist ein bisschen nass jetzt, gell. Das merkt man so. Ach so, das war gar keine Absicht. Nein, mich hat es unabsichtlich hingehaut. Das ist ein Rutschiger. Du, es hat extrem geil ausklappen. Du bist super schlussend und du bist super ausklappen. Echt? Ja, das ist so irgendwie eine Einschslungsfrequenz. Das ist nicht absichtlich. Nein, nein, nein. Das war eigentlich unabsichtlich. So, da hinten ist Lichtenstein jetzt wieder. Da hinten haben wir im Tal ein Lichtenstein. Wie bitte? Oder schriegel die Hose. Oder schriegel die Hose, genau. Sag mal. Sag holo zur Schweiz. Wie möchte ich gerade dich? Ja, genau. Ich sag holo zur Schweiz. Da hinten der Berg ist schon wieder die Schweiz. Das heißt, der Berg ist die Schweiz und dazwischen ist Lichtenstein. Sag die Schweiz auch zurück. Wie bitte? Sag die Schweiz auch zurück. Ja, ja, sie sagt gerade zurück. Ich meine, ich kann es einmal versuchen. Hallo. 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 Ja, da war was. Da war was, gell? Ja. Ja, ich habe ein bisschen vom Radler auf dein T-Shirt. Aha, okay. Ich glaube, ich tue das wirklich auf YouTube. Dieses Gespräch ist ganz lustig. Na, welche Sache ist das? Ich bügel auch alles in die Hände, ey. Ja, ich bügel es aber selts. Ich brens immer nur vor dem Beginn. Das ist immer das eine, das ich brauche. Das macht es nie. Aber trotzdem. Aber jeden Tag wegreie ich das auch. Nein, wo die Malaiserin da war, habe ich die Malaiserin das Hände probiert. Ich habe einfach zu krank, man. Ah ja, genau. Der Malaiserin hat ihm die Hände gebügelt. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. 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 Ich habe jetzt gerade bei uns mal hell. Ich habe jetzt hintergekundiert. Und jetzt schreckst du? Stimmt, ja? Bei euch ist es ja hell. Sehr hell. Scheiße. Okay. Hey, dann kommt man. Schatti, siehst du mal? Rache. Das war jetzt aber nicht mal. Nein, nein. Nein, nein. Schrecklich ist das. Schatti, hörst du mich? Natürlich. Schatti, hörst du mich? Schatti, hörst du mich? Ich hörst mich. Ich hörst mich. Ich hörst mich. Schatti, willst du mal? Nein. Versuch so. Rache. Ja. 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 Jetzt sei ruhig. Das ist egal. Okay. Ich mag Fisch mit Sauce. Hey, ich habe euch gerade voll in Großaufnahme. Oh, je. Ich glaube, ich fühle mich sicher noch ziemlich gut aus von gestern. Ja, ich meine, scheuer. Ja, jetzt eh nicht mehr. Da drüben ist Österreich. Da drüben ist Österreich. Da unten ist Liechtenstein. Oder nein, das ist auch nach Österreich. Das ist auch nach Österreich. Genau. Aber da links davon ist Liechtenstein. Und die Berge da drüben sind die Schweiz. Sehr schön. , wie heute schon shadow? riesg forty someone? fiel destinations an. Panseefneden, banco? концredale, pourar, zu jedem. Jaygy, Jaygy. Checky. Checky, cheeky. How are we in the job? How are you up here, Joe? How are you up? How are you up? How are you up? Starlight. Kannst du meine Hose striegeln? Natürlich! Ich muss heute meine Hose sowieso striegeln, weil die ist komplett schmutzig. Das ist cool! Das ist unser Weg, gell? Schon, ja. Hey, ich freue mich schon auf das Video. Ich glaube, ich werde das heute noch schneiden und hochladen. Ich werde das heute noch schneiden und hochladen. Okay, ja. Schlimmste, das Schlimmste. Ich nehme meine Hose, bitte, gell? Nein, das Schlimmste behalte ich drinnen. Genau, okay. Jost-Pfeff-Künste. Fun! Fun? I love you! Oh, I love you too! He hugs you! Oh, it's so nice! That's really cool! Oh, ist das hai! Das war genau, wir haben ja nicht Lopez. Ja. Weekend Sendung 절대. Ur süß. Der aus dem Weg!! Phew! Ja. How are you?